Hallo Leute, das Jahr 2012 ist nun knapp 8 Tage alt, letzten Sonntag war es soweit. Ich habe meine guten Vorsätze soweit eingehalten, eigentlich nicht soweit, ich habe sie eingehalten. Und es gibt ein Erfolgserlebnis, ich habe abgenommen von 70,8 Kilo auf 69,1 Kilo, ohne Kleider, mit Kleidern 69,8 Kilo. Das heißt, ich habe jetzt in einer Woche ein Kilo abgenommen, das ist für mich ein super Erfolgserlebnis und ich hoffe es geht so weiter. Ich werde weiterhin meine guten Vorsätze einhalten, mit der großen Liebe bleibt es hoffentlich auch. Deswegen bin ich positiver Dinge und verabschiede mich nun mit einem weiteren schönen Sonntag, schön und tschüss. Vielen Dank.